Für die Schweizerische Metallunion ist die Swissbau die wichtigste Baumesse, die es überhaupt gibt. Es ist die grösste Messe in der Schweiz über die Bauwirtschaft. Es geht hier auch darum, dass wir hier das Netzwerk und die Kontakte pflegen können. Es geht hier auch um Kontaktpflege unter den Branchen, den verschiedensten Branchen, die am Bau tätig sind. Es geht aber weiterhin auch darum, um Bildung. Und wenn ich daran denke, Bildung, wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben über Facebook. Und die jungen Leute können da mitmachen. Es gibt am Samstag dann die entsprechende Prämierung zu den eingegebenen Aufgaben. Ich finde, es ist wichtig, die Bildung, und die können wir auch hier auf dieser Messe sehr gut miterleben. Denn daraus kommt dann, dass es weniger Baufehler gibt, wie in der Veranstaltung vorhin gesagt worden ist. Wir müssen die Baumängel, die Schäden minimieren. Kann man mit guter Bildung.